Was läufst du die ganze Zeit in der Luft rum? Was ist los bei dir? Junge Schuss Ne, ich schüsse Schießt ihr! Will der Feuer einstellen jetzt? Ist das einer von uns ist die Frage Mokros, Marco hast du nicht geschossen? Also ich kann ihn jetzt auch einfach abknallen und so ist nicht Schlag ihn hier Schlag ihn hier Wie ist das? Schlag ihn einfach eiskalt nieder Oh mein Gott! A2 Feuer einstellen Oh mein Gott Nein So wer bist du? Alters Rennt da jetzt zu YOLO einfach, denn das lebt noch jemand Hey, wa-was? Wer ist das, wie du gepasst hast? Ja, der hat aber gerade Friendly's beschossen von A2 Wen hast du da? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Können den jetzt hier exekutieren, wenn wir wollen Nein So, gehst du zu uns? Anscheinend nicht, sollen wir nicht exekutieren oder sollen wir... Hä? Äh, warte, 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 ganz kurz Der gehört nicht zu uns Wir können jetzt exekutieren Jaa Entschuldigung, war viel zu viel im Vogt los So, jetzt nochmal Warum schießt du eigentlich hier unten auf die Leute, die da unten waren? Was haben die denn getan? Arschloch Die haben meine Kollegen geschossen gerade Das ist Konservator Ja, nice Marvin, wo war'n der?